ja das ist mir jetzt noch ein rätsel ich habe keine ahnung ich noch mal töten ich habe beim besten so keine idee was hier jetzt verlangt wird und das ist das sieht schmerzhaft aus so ein süßes spiel und dann sowas noch mal das puzzelteil ich werde ich diesmal ja hängen vielleicht macht der frosch dann was anderes aber der kann ja gar nicht wieder hier hoch es geht nicht okay ich kann zu mir rufen aber so muss ich ihn warnen guck an so geht das und jetzt sind wir hier sehr schön sehr schön jetzt möchte ich aber wieder darüber ach wenn ich so lange pfeife dass der andere da unten reagiert dann hüpft das ding zu dem ok schneller so und du jetzt da runter und pfeifen und sehr sehr schön sehr schön da sind wir wenn ich da jetzt hochkrabbel dann krabbel mich doch danke so und jetzt da mal sehen wo er uns hinfliegt die augen überhaupt der gesamte gesichtsausdruck wenn er so durch die gegend fliegt herrlich lass mich in ruhe ich möchte erst das puddelteil da hinten haben so jetzt kannst du von mir aus tust du was ja bring mich doch hoch was für ein trick gibt das jetzt das ist jetzt wieder kann ich euch irgendwie ihr reagiert nicht ne und so oh tja ich komme nicht wieder zurück ach ich kann auch über die falltasten steuern das wusste ich noch gar nicht ja kriege ich dich irgendwie überzeugt dass du mich darauf liegt ich muss noch mal eine steuerungsoption gucken ob da noch irgendwas so ich hatte da steuerung space bar das pfeifen enter ist springen control halt achso ich kann mich auch umsehen ich control und die falltasten mache okay aber sonst gibt's nix hm oh wo ist zurück wo ist meine maus ah da ich kann ah gut zu wissen so mit gamepad wäre das nicht passiert dann hätte ich das schon viel früher rausgekriegt dass man auch die karte ein bisschen verschieben kann ja aber nützt mir das jetzt was nicht wirklich der schwitzt nur hm tja der pfeift die tonleiter okay okay dann müssen wir jetzt mal weil ich habe keine idee und jetzt gucken wir mal jetzt fliegen wir wieder so und sind dann wieder hier und so hm hm das nutzt uns jetzt aber nicht so viel ne so sexuellen wohnungs haben wir dadurch nicht gut gut jetzt sind wir wieder hier und der tut uns wieder nix und hier kriegen wir wieder nur ein puzzleteil ja irgendeinen trick muss es doch geben das ding da oben pennt das ding da oben pennt das ding da oben pennt ja 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 ich bin ein bisschen überfragt übersehen wir hier irgendwas ne hm 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 da fehlt irgendwas irgendwie eine fähigkeit irgendwie eine fähigkeit ja aber wir können hier nichts anderes wir können hier nichts anderes Wenn ich dir sage, ich kann dir nichts sagen, ich kann nichts machen, der bringt mich hier hin. Ich bin ein bisschen ratlos. So sind es kleine Noten? Wenn ich länger drücke, habe ich eine große Note. Bringt mir das was? Ähm. Alter, kommt so oder so? Kommt der nur? Ich bin ratlos. Vielleicht merkt man es. Ich bin ratlos. Was? Passiert hier was, wenn ich langere Noten mache? Ich bin ratlos. Einfach nur ausprobieren. Aber passiert irgendwie nichts. Oh, naja gut, ist ja egal. Ich weiß hier eh momentan überhaupt nicht weiter. Schau. Pfff. Ne, der setzt mich auch nicht vorzeitig ab. Da kann ich machen was ich will. Das muss ja was mit hier zu tun haben. Aber wie kriege ich den denn überzeugt da oben wach zu werden? Oder den hier dazu mich weg zu bringen? So kommt er gar nicht erst? Ah. Eieieieieiei. Wie komme ich da jetzt? Oh. Da muss einem Dummen auch gesagt werden. Alles klar. Hat der mich im Gras also nicht gesehen? Der hat mich nur flirten hören. Oh. Ich glaube hier werde ich nicht so lange... Ähm. Hopp. Danke. Alles klar. Da können wir also nicht mehr zurück. Wir entfernen uns immer mehr von dieser Stadt. Was bringt denn da weg? Ein ertrunkener Frosch? Ja, das macht mir Mut. Ah. Zack. Zack. Okay, danke. Ähm. Du hast keine Bräume mit Blase, ne? Ich brauche einen mit Blase. Alter, was für ein Froschkonzert. Ähm. Aber... Jetzt habe ich hier drei Stück. Aber... Hm. Was mache ich damit? Gehe ich einfach mal da runter. Ah. Guckt mal. Guckt mal, was wir da haben. Lachen. Kriegen sie das wieder hoch? Jawohl. Dann bringt mich bitte auch hoch! Mich! 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 Sehr schön! Und dann würde ich sagen, haben wir dieses Level ja auch geschafft. Jetzt habe ich mal nachgepfiffen, was der da oben pfeift, aber irgendwie klappt das nicht. Hm, bringt nichts. Schade. Na, das sieht ja verheißungsvoll aus. Aber ich würde sagen, hier schaue ich mich in der nächsten Aufnahme-Session näher um. ich hoffe es hat euch gefallen und sagt dann mal bis zum nächsten part